Was? 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 Was ist dazu sagen? Ich hasse dich. Was machst du da? Was? Ich liebe Rettung. Ich muss eigentlich immer Energie trinken. Ohne Energie geht nicht einfach. Du hast aber nicht gesund. Zeig mal deine Energie. Okay. Ja. Eigentlich wollte ich früher hier kommen. Du stinkst bis hier hin. Wow. Tretbull stinkt. Achso. Ich dachte, mein Mund stinkt einfach. Okay, ja. Mal wechseln. Ich wollte eigentlich hier im Moment ein Video drehen, aber man hat es hier weniger Möglichkeit. Man hat eben weniger Möglichkeit. Was der Fisch unterschiedlich war? Was mit Fisch? Fisch? Ja. Ich habe gesagt, am Tisch. Fisch. Tisch. Fisch. Licht. Riecht. Nicht. Ich hasse dich. Ich dich auch. Ja. Es ist immer voll. Deswegen kann ich hier ein Video machen. Aber wir... Können wir meinen Geburtstag hier feiern, bitte? Bitte. Nee. Ich frage sogar gleich, ob wir hier Shisha rauchen dürfen. Nee, ich habe eine Frage. Warum? Nein, ich frage. Ich frage gleich, ob wir hier Shisha rauchen dürfen. Shisha rauchen? Ja. Warum denkst du, dass ich so ein reicher Mensch bin? Wir haben... Ich möchte Shisha rauchen hier. Aber sehr teuer. Die haben hier keine Shisha. Ich bring meine von zu Hause mit. Ich rede mit mir. Hallo? Dann ich mache Kamera aus, wenn du nicht redest mit mir. Redest du mit mir? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du, Alter? Ich bin Rami. Halleluja. Komm ich mal deinen Rapp wohl, das stinkt. Was mit? Das stinkt. Kann ich deinen coolen Auftreten? Nein. Ey. Stinkt? Du stinkst selber. Hast du gestern Grumbloch gegessen? Nein. Dein Mund stinkt bis hier. Was laberst du? Stell dir mal vor. Stell dir mal vor. Stell dir mal vor was? Du kussst jemanden und riecht nach Knobloch und Zwiebeln. Stell dir mal vor, der riecht nach Fisch. Kaltfisch. Ist gut, ne? Wie heißt... Kannst du mal dein Handy leiser machen? Bing Bing Bing? Wir sind im Hotel. Meine. Andere Freundin. Schreib mir. Mach aus. Hallo Baby. Baby. I love you so much. Wollah, man kann dich gar nicht ernst nehmen. Gib ihr die Adresse noch. Berlin. Zu. Geradeaus. Hotelbahn. Hoch. Zenterteil. Ich bin da mit einer Rettung. So. Gib es jetzt mal fertig. Ich kann nicht mehr. Kannst du nicht mehr? Nein. Okay. Leute. Mein Name ist Ramin. Abonnieren meinen Kanal. Mein Name ist unser Kanal. Bald kommen solche Videos. Ich weiß nicht, was kommt aus. Einfach kommt. Abonnieren meinen Kanal, wenn du diese Videos feierst. Feierst. Oder gut findest. Was du findest? Gut findest. Gut findest. Gut findest. Dann liked und kommentiert. Like und kommentieren. Schreib und kommentieren. Du hasst mich oder du hasst Melissa. Natürlich die hassen dich. Ich hasse mich. Auf jeden Fall. Ich hasse euch alle. Vielleicht gesund. Baby. Machst du Spaß hier? Ja. Wo bist du Baby? Ich bin Motel One. Ja? Ja. Was trinkst du? Cola. Mit Zitrone und Eiswürfel. Ja? Ja. Was habe ich bestellt? Red Bull mit Eishwürfel. Immer? Immer. Immer Red Bull. Nicht immer? Nein. Sag, wo bist du? Schöne Aussicht. Ich finde sie sehr schön. Obwohl ich sie zwar noch nicht war, aber es ist sehr schön. Ja. Ja. Yes. Sehr schön. Freut mich, Baby. Was? Sollen wir immer hier kommen? Ja. Ich will meinen Geburtstag hier feiern. Hier feiern? Ja. Du bezahlst. Also geht ja schon klar. Ach so. Deinen Geburtstag, ich feier. Nee, ich feier meinen Geburtstag, aber du bezahlst. Auf welchen Grund? Weil ich Geburtstag habe. Und? Darum geht es nicht. Doch, darum geht es. Aber ich habe nicht so viel Geld. Doch. Wenn du jetzt schon hier sitzen kannst, dann kannst du mit mir auch an meinen Geburtstag. Sag mal deine Nagel. Die sind schon eklig. Wie viel hast du von dir deine Nagel bezahlt? 40 Euro. Eigentlich gut? 40 Euro? Ja, die halten lange, aber wegen dir ist ein Nagel abgegangen. Sag mal. Der tut richtig weh. Oh, machen sie doch. Aber zum Geburtstag mache ich mir neue. Sorry, aber das war nicht meine Schuld. Doch. Ich zeige dir kurz hier. Ich zeige dir kurz hier. Hier ist Rotte. So. Ich möchte, dass du mir ein Kleid kaufst. Was für ein Kleid? Zum Geburtstag. Was ist das? Dass ich das ansehen kann. Warte. Dann kannst du mir das Kleid zeigen. Ja, zeige ich dir. Guck mal. Das ist doch schön. Warte. Zeig mal wieder. Boah. Diese Kleid ist schon oder diese Mädchen ist gut? Ah, sorry. Äh. Ne. Die Farbe war schon. Wirklich. Diese Kleid. Mit dir ist schön, Alisa. Warum sagst du das Mädchen? Wann habe ich gesagt, diese Mädchen? Hast du nicht gerade gesagt, diese Mädchen? Nein. Was hast du... Du hast gesagt, diese Mädchen ist schön. Es ist schön, aber juck mich nicht. Du bist schön, Baby. Trägst du immer Adidas? Ja, normal. Deine Hose? Das ist von Adidas. Steh auf. Sag mal. Ich kann nicht aufstehen. Warum? Das sind Menschen. Bist du Schüsse? Ja. Ja? Ja. Okay, ich steh einmal ganz kurz auf, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Ich hab gar nicht gesehen. Ich kann nicht. Okay. Ey, Pupsi. Ey, Pupsi. Was trinkst du da? Alkohol, wa? Es ist Ramadan und du trinkst Alkohol. Na hör mal. Ja, ja. Das ist kein Ramadan. Ramadan ist morgen. Nee, Ramadan ist heute. Du luchst. Du luchst. Ich wollte dich was fragen. Ja. Stehst du eher auf Blonde oder auf Dunkelharrige? Ehrlich? Aber sag jetzt nichts Falsches. Ohne Haare. Glatze? Ja. Sexy. Glatze. Du luchst. Du luchst mal Glatze. Ich habe mit einem Mädchen kennengelernt. Ja? Sie hat keine Haare. Aha, stimmt. Überhaupt. Überhaupt keine Haare. Oben, unten. Ach so, findest du schön, ne? Und sie bekommt keine Haare. Ach so, findest du schön. Und ich habe gesagt, was ist dein Problem? Sie hat gesagt, ich habe eine Banana gegessen. Nach diesem Tag, ich habe gar nicht die Haare bekommen. Ich wollte mir sagen, bist du müde auf Gillette oder so? Dann was? Wenn du müde bist, kann ich auch hier eine Banana geben, dass du nie wieder Haare bekommst. Ich trete dich gleich ins Gesicht. Halt die Fresse. Selber. Du Mütter, ich mache Walla da. Hast du schon. Ich habe gar nicht. Okay, fertig? Willst du noch was sagen? Ja, ich will nur eine Geschichte essen. Als ich Kind war. Als ich Kind war. Als ich Kind war. Meine Mutter hat gesagt, pass auf deutsche Freundin. Nein. Keiner möchte was zu. Und ich heirate mit keinem deutschen Freund. Deutsche Freundin. Oder mit der deutschen Frau. Weil deutsche Freundin und deutsche Frau sind so sehr anspringend. Und ja, blau Augen, Haare. Aber die ganzen sind anspringend. Ja, ja. Es ist einfach... Soll ich mir was sagen? Ich habe heute Geburtstag. Ich möchte Geschenke haben. Was? Ich möchte ein Auto haben. Hallo. Selber. Ich spuck in deinen Mund, Alter. Ich spuck auch in deinen Mund. Ich mache die Nase in deinen Mund. Du küsst meinen Fuß. Du küsst meinen Fuß. Du küsst meine... Wie? Du küsst meine Arsch mit vielen Haaren. Ja. Wie fertig? Ja. Ja. verste pruebt haste.